Vor ein paar Jahren hatte die Medienkritik, die ich auf YouTube konsumiert habe, eine gewisse rechte Tendenz. Ich gebe Gamergate und meiner ewig langen Cringe-Phase die Schuld, aber in den letzten Jahren habe ich für mich neue Kanäle und neue Ideen entdeckt und habe mich politisch zu einem gewissen Grad weiterentwickelt. Und dann ist mir aufgefallen, dass viele Leute sehr unkritisch sind, wenn es um Medienkonsum im Allgemeinen geht, aber gleichzeitig haben dieselben Leute eine Tendenz dazu, gewisse Elemente unnötig stark zu kritisieren. Darum denke ich, es wäre eine gute Idee, dass ich ein paar Videos, die ich früher gemacht habe, nochmal neu aufwickele und dass ich einige Ideen, die ich ab und zu angeschnitten habe, einmal vernünftig festhalte. Ich habe eine lange Liste an Themen, über die wir reden können, also fangen wir damit an, ein bisschen kritischer zu werden. Mir ist aufgefallen, dass viele Leute die Medien, die sie konsumieren, nur sehr oberflächlich behandeln. Das heißt, wenn eine Story oder eine Welt sehr offensichtliche Macken hat, würden das die meisten Leute erkennen. Aber sobald das Problem ein bisschen tiefergehend ist oder auch nur ein minimales bisschen verschleiert wird, gibt es Leute, die das Problem einfach stumpf nicht mehr erkennen. Wenn ich beispielsweise eine Gruppe von Leuten in einem Roman beschreibe und sie werden beschrieben als geldgierig, haben große Nasen, sind in der Story verräterisch und backstabby und sie kontrollieren die Banken. Und wenn ich dann sage, das sind Juden, sehen Leute offensichtlich das Problem, das ist klarer Antisemitismus, welcher Idiot würde sowas schreiben. Aber wenn ich die Beschreibung komplett gleich beibehalte und sage, das sind keine Juden, das sind Kobolde, gibt es Leute, die das Problem nicht mehr erkennen können oder nicht mehr erkennen wollen. Es scheint mir allgemein so, dass, wenn es offensichtliche Probleme gibt, die wirklich jedem ins Auge stechen, diese Probleme erkannt werden, aber dass es viele Probleme gibt, die einfach ignoriert werden. Entweder, weil man dafür um die Ecke denken muss oder sie unter der Oberfläche liegen oder weil man akademische Theorien braucht, um zu erklären, was genau falsch ist. Oder einfach, weil es Ideen sind, die sich eingebürgert haben. Wir haben dieses problematische Ding seit Jahrzehnten in unserem Medium drin, also hinterfragen wir nicht mehr, ob es problematisch sein könnte. Ein Beispiel, wo man das innerhalb von einem einzelnen Werk sehen kann, ist Perfected. Perfected ist eine Young Adult Romanreihe, in der es darum geht, dass es menschliche Sklaven, Entschuldigung, Haustiere gibt, die allesamt aussehen wie zwölfjährige Mädchen. Und die offensichtlichen, oberflächlichen Probleme sind hier, dass es um ein Mädchen geht, das aussieht, als wäre sie zwölf, aber die komplette Story geht um ihr Liebesleben. Und es ist in der Story sowohl angedeutet, als auch explizit erwähnt, dass diese zwölf Jahre alt aussehenden Mädchen für sexuelle Zwecke benutzt werden. Ja, das sind wie gesagt die offensichtlichen Fehler. Aber hier gibt es außerdem tiefer gehende Fehler. Beispielsweise endet der komplette Plot damit, dass die Sklaverei, Entschuldigung, Haustiere abgeschafft werden, weil eine Person in den Knast gekommen ist. Das komplette System der amerikaweiten Sklaverei beruhte auf einer bösen Person. Und sobald die in dem Knast ist, ist alles okay. Es war nicht die Schuld des Systems, es war kein ökonomischer Faktor, es war kein kultureller Faktor, es war nur diese eine Person. Sobald die im Knast ist, sind alle Sklaven frei. Dass das niemand gemerkt hat, kann aber zugegebenermaßen daran liegen, dass niemand diesen Scheiß gelesen hat. Aber auch wenn wir Storys haben wie zum Beispiel Bright, wo es keine super offensichtlichen Fehler gibt, aber tiefergehend Probleme existieren, werden diese tiefergehenden Probleme häufig ignoriert. In Bright geht es sehr offensichtlich um Rassismus, um systemische Unterdrückung, um Benachteiligung. Und all das wird von den meisten Zuschauern einfach entweder übersehen oder ignoriert, weil Bright einen Fantasy-Paint-Job hat. Das ist natürlich in den meisten Fällen nicht absichtlich. Beispielsweise hat Quentin Tarantino einen Fußfetisch und das ist sehr klar zu erkennen, wenn man seine Filme sieht. Und mit anderen Eigenschaften von Autoren verhält es sich ähnlich. Wenn ein Autor eine gewisse politische Ausrichtung hat, wird sich das in seinen Werken widerspiegeln. Wenn ein Autor rassistisch ist, kann man diesen Rassismus häufig in seinen Texten erkennen. Und wenn Autoren davon überzeugt sind, alles besser zu wissen und niemals Fehler zu machen, dann wundern sie sich, warum Leute sich aufregen, wenn sie dumme Scheiße in ihre Bücher packen. Und so ähnlich verhält es sich, wie gesagt, mit einigen Tropes. Tolkien ist in einer Zeit aufgewachsen, als Eugenik als eine legitime Wissenschaft gesehen wurde und als Apartheid noch praktiziert wurde. Kurzum, er hatte einfach aufgrund der Zeit, in der er aufgewachsen ist, gewisse rassistische Einstellungen. Und diese Einstellungen wurden in seine Werke mit übertragen, wenn auch unabsichtlich. Dies Lovely Mongol-Type etc. etc. Und so hat Tolkien dann die Orks erschaffen. Und aus seinen Orks wurden die Orks aus Warhammer und Warcraft und dann später alle Orks, die jemals existiert haben. Und wenn die Elemente, die Tolkien unterbewusst in seine Orks mit reingebracht hat, nicht überarbeitet und überdacht werden, dann werden sie von anderen Autoren einfach unkritisch übernommen. Hogwarts Legacy ist ein interessanter Mikrokosmos von dem, was ich hier meine. Und bevor sich irgendjemand beschwert, ich sage nicht, dass ihr Harry Potter nicht mögen dürft und ich sage nicht, dass ihr das Spiel nicht spielen dürft. Ich sage nur, es gibt gewisse Wege, an dieses Spiel zu kommen, ohne dass man gewissen Leuten Geld gibt dafür. Nachdem das geklärt ist, machen wir weiter. Ein wichtiger Plotpunkt in diesem Game ist, dass die Goblins, oder zu deutsch Kobolde, eine Rebellion gegen die Zauberer planen. Und ich habe mich darüber bereits mokiert, erstens, weil Goblins ein relativ eindeutiger antisemitischer Stereotyp sind. Und zweitens, weil diese Rebellion von Anfang an als negativ dargestellt wird, obwohl Goblins als Bürger zweiter Klasse behandelt werden. Das heißt, die Spieleentwickler erkennen zwar offensichtliche und oberflächliche Probleme, wie zum Beispiel, es wäre nicht besonders inklusiv, wenn jeder Charakter ein weißer Britte wäre, das heißt, es gibt sehr viel Diversität bei den Spielercharakteren und Nichtspielercharakteren, aber tiefergehende Probleme werden ignoriert. Wenn ich beispielsweise antisemitische Charaktere habe, die als Bürger zweiter Klasse behandelt werden, und ich behandle ihre Forderungen nach mehr Rechten als negativ, und sie verbünden sich außerdem mit bösen Magiern, die im Harry Potter-Universum typischerweise Nazis sind, und das könnte vielleicht ein paar negative Emotionen bei einigen Leuten auslösen, aber es wäre ja nicht so, dass Antisemitismus besonders weit verbreitet ist oder so. Wäre das ein schlechter Zeitpunkt, um zu erwähnen, dass dieses Interview in derselben Woche stattgefunden hat, als Kanye West und seine Nazifreunde bei Trump zum Essen waren? Einige Leute würden jetzt wahrscheinlich anmerken, dass man am Verhalten von einem Verrückten nicht einen weltweiten Trend festlegen dürfte, und ich würde dem theoretisch zustimmen, wenn bei Umfragen nicht ungefähr ein Viertel der Leute sagen würde, dass der Holocaust nicht wirklich stattgefunden hat. Was ich sagen möchte ist, dass es verständlich sein sollte, wenn sich Leute Sorgen darum machen, wie gewisse Sachen in den Medien dargestellt werden. Vor allem, wenn man bedenkt, dass gewisse Ideen aus der echten Welt dazu tendieren, Medien negativ zu beeinflussen, und wenn dann diese negativen Einflüsse unkritisch aufgenommen, dupliziert und weiterverbreitet werden, kann das sowohl für die Medien als auch in der echten Welt negative Folgen haben. Was ihr hier gerade seht, ist der Hays Code. Eine Regelung aus den 1930ern, die für Jahrzehnte festgelegt hat, was im Film gezeigt werden darf und was nicht gezeigt werden darf. Und ich möchte mich hier auf zwei von diesen Regeln konzentrieren. Die erste ist, dass Verbrechen, Sünde und Böses nicht als sympathisch dargestellt werden dürfen. Und die zweite ist, dass sexuelle Perversion, was in diesem Fall alles einstieg ist, was unter dem LGBT-Umböller fallen würde, nicht auf dem Film gezeigt werden darf. Zumindest nicht offensichtlich. Das hatte zum einen die Folge, dass homosexuelle Charaktere nicht offen als homosexuell gezeigt werden dürfen, sondern es muss angedeutet werden. Durch gewisse Gestik, Mimik und dadurch, dass Leute mit penisähnlichen Objekten rumspielen. Und die Kombination dieser beiden Regeln hat dazu geführt, dass homosexuelle Charaktere oder homosexuell gekodete Charaktere in der Regel die Bösewichte waren. Eben weil Homosexualität, wenn auch nur angedeutet, nicht als sympathisch dargestellt werden darf. Und das hat sich über die Jahre einfach irgendwie eingebürgert, weil es eben unkritisch aufgenommen und verbreitet wurde. Daraus hat sich unter anderem ergeben, dass viele Disney-Bösewichte queergecodet wurden. Und obwohl der Haze-Code schon lange nicht mehr aktiv ist, ist es immer noch der Fall, dass Bösewichte sehr häufig eine Art schwulen-Touch haben. Und man kann gewisse homophobe Tendenzen in der Gesellschaft meiner Meinung nach darauf zurückführen, dass über Jahrzehnte Homosexualität und ein Bösewicht zu sein fest miteinander verkuppelt wurde. Oder anders gesagt, wenn unsere Bösewichte auf homophoben Klischees aus den 30ern aufgebaut sind, müssen wir uns nicht wundern, dass diese homophoben Klischees weiterhin fortbestehen. Und darum, denke ich, ist es verständlich, wenn viele Leute Vorbehalte darüber haben, wie gewisse Gruppen oder gewisse Ideologien in den Medien dargestellt werden. Und ich hoffe, ihr versteht, warum ich glaube, dass wir die Medien, die wir konsumieren und kreieren, ein bisschen kritischer betrachten sollten. Zumindest an den Stellen, wo es Sinn macht. Gott, den Scheiß muss ich auch irgendwann erklären, oder? Fuck.